Das ist der Alpera, 3478 Meter. Super lässige Klettertour mit einer kleinen Eiskomponente. Steigeisen haben wir, die passen. Falls sie locker werden, einfach noch ein bisschen zuziehen. Boot haben wir unseren Karabiner dran. Bicklerhandtagung schaut so aus. Wir nehmen den Bickler als Kopfstütz. Das heißt so. Und speziell hier oben, wo sie jetzt auch in die Schneefälle reinigen, stecken wir den Bickler immer so in den Schnee rein. Weiter. Ja! Wenn! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.